So, wir haben jetzt miteinander angespielt und zwar von Season 11 von Drain Crusade. Bevor das Video startet und wir ins Eigentliche angespielt gehen, will ich euch noch ganz kurz eine spezielle Aktion zeigen zwischen Drain Crusade und mir. Und zwar, wenn ihr auf Nightstore hier geht und dann auf Promosystem, könnt ihr hier einen Special Code angeben. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das nur für neue Charaktere ist oder halt eben auch für bestehende Charaktere bzw. Accounts. Auf jeden Fall, es ist recht interessant. Ihr könnt damit was Besseres bekommen als die standardmäßige Promobox. Es gibt hier diese LoveLab Promobox und da ist wirklich richtig cooler Stuff drin. Wenn es mal auf mal Preview geht, dann sehen wir hier schon mal, dass es hier wirklich einiges noch Stuff gibt. Alles, was ihr für machen müsst, ist in die Kommentare schreiben. Übrigens hier der Clark mit dem neuen Logo. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich benutzen wird, aber es ist theoretisch als neues Logo gedacht. Auf jeden Fall, was ihr für machen müsst, ihr müsst nur in die Kommentare schreiben bzw. euren Ingame-Namen in die Kommentare schreiben. Dann werde ich euch ingame eine Mail zukommen lassen mit einem Code und den könnt ihr dann eben hier einlösen. Video liken, ist natürlich auch gern gesehen. Und genau, wenn ihr das Ding hier haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Was dazu ändern muss, der Effekt von diesem Umhang ist nice. Also es ist der Level-4-Effekt von dem Dragon Cloak und das ist schon ziemlich nice. So, dann kommt mir ganz kurz die Vorstellung der eigentlichen Changes. Es ist hier Season 11, Rise of Shenlong. Das ist, glaube ich, irgendein Drache oder irgendein fettes Vieh wieder. Und genau, es gibt im Prinzip eigentlich mehr Dungeons, mehr vom Content einfach, der bisher schon besteht. Einige, sehr viele Bugfixes im Gegensatz zu Season 9 und Season 10. Und allgemein einige cool neue Sachen. Wir gehen einfach mal das im Schnelldurchlauf durch. Obsidian Fortress ist einfach ein neuer Dungeon auf Dragon Ring 150. Es gibt neue Sets, also quasi nach den 40er, 80er und ich weiß nicht, ob die Aufläufe 80 sind. Und dann quasi nochmal neue Sets. Das muss ich zeigen, gut, dass sie sind, ob sich die lohnen und so weiter. Und ob der Aufwand sich dafür dann tatsächlich auch lohnt. Genau, dann gibt es Shadow Citadel. Ist ein Dungeon auf 180, Dragon Ring 180. Da müssen wir auch mal schauen, wie krass das der tatsächlich ist und wie gut erreichbar das der ist. Also bin ich auch mal gespannt, wie es noch sein wird. Bis wir allerdings hier sind, wird einiges Zeit vergehen. Sealed Dragon Weapons. Das habe ich tatsächlich jetzt nicht hundertprozentig verstanden. Aber ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich vermute mal, das ist einfach eine neue Waffenserie. Passend zu den neuen Sets dann auch. Und die kommen dann quasi halt eben auch nach den goldenen Dragon Weapons, denke ich jetzt mal. Da müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Hier haben wir nochmal eine Dungeon auf Dragon Ring 200 allerdings. Also auf dem höchsten Level, was aktuell existiert. Und da kommt eben dann dieser Shenlong zum Vorschein. Bin ich mal runter gespannt, was er da noch alles bieten wird. Wir können uns gleich mal anschauen, was die Drops dann werden. Dann gibt es zum Beispiel diese Wings. Das habe ich auch schon gesehen, genau. Dark Dragon Balls. Müssen wir mal schauen, was die dann alles machen und so. Genau, das Sieben hier kann man irgendwie exchangen für einen Umhang. Sorry, für Wings. Ich denke mal, das sind jetzt nicht zum Fliegen, sondern zum Anziehen. Außer es gibt zwei davon. Ein Umhang, der quasi im Stil von Shenlong ist. Und scheinbar bringt der Umhang auch sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Stats. Ob der tatsächlich dann der stärkste Umhang im Spiel wird, bin ich mal gespannt. Ob der wirklich stärker wird als zum Beispiel der Dragon Cloak, muss ich mal auch zeigen. Genau, das sind hier quasi so kleine Angels. Also so ein Angels-System, wie man die zum Beispiel haben kann. Die fliegen einem hinterher und geben dann extra Sets. Obsidian und Sealed Dragon Gear Upgrade. Also ich denke mal, das ist einfach ein neues Upgrade-System, beziehungsweise ein neues Upgrade-Material, höchstwahrscheinlich nur. Dafür gibt es dann einen neuen Dungeon, oder? Habe ich es richtig verstanden? Bin mir nicht ganz sicher. Eternal Essence und Nightmare Shards. Im Eternal Night Cave, genau. Ich denke mal, das ist ein eigener Dungeon. Ein Hands-Offline-Vendor-System. Finde ich ganz cool. Man kann Items jetzt auch wieder removen und adden und so weiter. Das ist ein wichtiges Feature, beziehungsweise eine wichtige Änderung, die ich auf jedem Server ziemlich gut finde und auch schon hier lange erwartet habe. Das Wiki muss ich mal zeigen. Ich habe das tatsächlich nicht so nützlich empfunden, aber müssen wir mal schauen. Genau, Drop-Informationen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Drop-Raten hier stimmen. Auf dem Meister-Server ist es so, dass die Chancen leider nicht stimmen. Ob das hier anders ist, weiß ich nicht, aber mal abwarten. Dungeon-Hell-Mode 2.0, also im Prinzip ein krasserer Modus für Teams. Das heißt, Solo-Spieler haben jetzt ein bisschen schlechtere Karten, beziehungsweise anders gesagt, die haben die gleichen Karten wie vorher ungefähr, schätze ich mal. Allerdings Teamspieler haben jetzt einfach bessere Karten als früher. Früher war es einfach sinnlos, allein irgendwas zu laufen. Und so ist es eben ein bisschen cooler. Cross, Transmute, Axt and Swords. Okay, ja, man kann ein Äxte zu Schwerter machen und ein Schwert dazu Äxten. Okay, dann gibt es wieder diesen Preispool für Siege. Also quasi, wenn man jeden Sonntag, beziehungsweise jeden Sonntag, wenn man an bestimmten Sonntagen, wenn man Siege spielt, teilnimmt und dann gegebenenfalls gewinnt, beziehungsweise Kills macht, gibt es Nade-Coins. Allein Kills reichen, also ihr müsst nicht gewinnen, ihr müsst einfach nur Kills machen, in irgendeiner Art und Weise. Und dann gibt es quasi Nade-Coins, was ziemlich cool ist. Und der Pool dafür sind eben 53.000. Und ja, by the way, auch noch sehr interessant, man levelt hier auch dadurch. Also man kriegt, glaube ich, ein halbes Level, ein halbes Level bis Level, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, was die genau Details da waren. Genau, jetzt sehen wir auch noch das Ganze nochmal. Dieser Tournament-Plan ab 7. Juni, schon ziemlich bald. Und ja, auch noch die Level-Caps. Die sind bis September eingeplant. Genau. Be the fastest in your class and reach the maximum Dragon Ring first. From each class, the first one to reach maximum level wins one non-purchasable CSZ and one month premium und 50 Dollar in Dragon Coins. Man muss einfach das Höchstlevel erreichen, seine Klasse. Punkt. Und einer der acht Gewinner bekommt sogar ein Cloak of Honor, quasi doppelte Drop-Rate, was wirklich richtig brutal ist. So, dann haben wir mal unseren schönen Umhang hier, den hier noch kein anderer hat. Und gehen damit einfach mal Richtung, ähm, gehen wir erstmal, würde ich mal sagen, in den Teleporter und schauen uns einfach mal so an, was hier alles gibt. Hier zum Beispiel gibt es schon mal gar nichts. Okay. Hier auch nicht, hier auch nicht. Okay, ich glaube, hier fehlen noch die Drops oder so. Kommen gleich mal reporten. Also immer schön. Wenn ich mal angespielt Bugs finde, ist es immer 1a. Und Dani, glaube ich, der hüpft schon im Dreieck oder so. Genau, hier haben wir auch diese zwei Dinger. Dieses Craft-Ding-Material. Housing-Furniture. Stimmt, das, glaube ich, wurde nicht mal erwähnt. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, oder? Ich weiß es gerade nicht genau. Naja, auf jeden Fall, Housing-Furniture kann man ins Gildenhaus packen und bringt in diese Stats. Extrem geil. Ich wusste nicht, dass es umgesetzt wurde und ich habe das auch gerade nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, ob es das schon auf Season 10 gab. Auf alle Fälle, da ist es 15% mit Drop-Rate, 15% bei PvE-Schaden und All-Stats plus 20. Genau, ansonsten von den Drops ziehen wir hier gerade leider noch nichts. Okay, naja. Soll Dani auch nicht langweilig werden. Von dem her. Ja. So, wir werden uns hier mal ein Paket kaufen. Und zwar, Packs. Lucky. Nee, Packs. Wo haben wir die Packs? Premium, 28 Tage, Lightspeed Set und... Genau, das Pack will ich haben. Beziehungsweise, ich will natürlich jetzt das richtige Pack haben. Hier sieht man nicht den Effekt. Okay, wir müssen nur... Nee, wir müssen mal schnell nachschauen, welches Set das wir brauchen. Das Structionset. Also, ich will auf alle Fälle Psyche überspielen. Das ist ein AOE-Set, das sollten wir nicht haben. All-Mighty-Set ist normalerweise das Set, was wir wollen. Aber ich bin mir immer so unsicher, deswegen schaue ich mal doppelt und dreifach nach. All-Set-Cast-Time-Attacks und normales Speed. Aber, jetzt müssen wir schauen. Nicht alles macht Sinn, was sinnvoll klingt. Das heißt, 7% Attack ist nicht die Welt. 17% Speed, whatever. Also, wir brauchen... Also, wir haben hier 12% Cast-Time und 7% Attack. Das hier bringt 7% Attack. Selber Effekt sonst. Und jetzt haben wir auch noch dieses Destructiv-Set. Das bringt weniger Attack, aber HP dazu. Death und All-Set sind ebenfalls vorhanden. Das heißt, und jetzt haben wir natürlich die große Frage. Macht es überhaupt Sinn, für 12% Cast-Time... Also, 12% Cast-Time über 12% HP zu preferen? Das Ding ist, man kauft ja nicht für heute. Man kauft ja für morgen und übermorgen. Angenommen, wir haben hier mal so eine... Okay, ist ein bisschen hochgegriffen. Und sagen wir mal... Ich weiß nicht. Wo sind die nächsten Waffen? Behemoth-Waffen. So, wir haben hier angenommen... Ne, Behemoth-Wand. 35% Cast-Time. Ja? Ist jetzt schon mal eine Menge. Bringt sonst irgendwas Cast-Time? Ich glaube nicht. Oder es gibt auch neue Erweckungen und so. Klar. Dann dazu noch irgendwie zum Beispiel... Was ist das für ein 130er-Set? Die Kalga-Set bringt das. Dann ist Aoe. Crystal-Set. Blade. Yes, der Psy-Keeper. Hier haben wir das Ganze. 25% Cast-Time. Sind wir schon mal bei. 60% Cast-Time. Out of the box. Einfach komplett. Und dann gibt es natürlich noch das andere Set hier. Das sag ich schon. Nicht das All-Mighty. Mein Gott, mir fällt es nicht ein. Ich und Namen. Ich bin schlimm. Tram-Nox-Set meine ich hier auf jeden Fall. Tram-Nox-Master-Set. Adapt-Set. Dann nochmal 15% Cast-Time. Dann haben wir 70-75% Cast-Time. Ohne Erweckungen. Also 75% Cast-Time von maximal 100. Was ist das denn in so einem Set? Ich sehe halt keinen. Ganz ehrlich. Deswegen scheiß drauf. Wir kaufen das Destructive-Set. Ist das jetzt männlich? Ja. Dann haben wir ein bisschen mehr HP. Sind mehr Tanki und so weiter. Und ja. Let's go. Boom. Okay. So. Dann aktivieren wir Premium. Ringmaster mitnehmen. Okay. Ringmaster hat Buffs. Party war auch schon. Trojallabh habe ich auch schon. Eieieieiei. Und das im Loch wird nicht behoben. Schlimmer. Das Spaßbuch 2.0 ist schon Arbeit. Ähm. Okay. Wir haben ja Amplis. Wir haben alles mögliche. So. Übrigens, falls ihr diesen Umhang wollt. Und euch denkt. Fuck. Ich habe jetzt schon einen Charakter. Und ich kann ihn vielleicht nicht auf den Account anlösen. Äh. Ich glaube, ich könnte einen neuen Account machen. Den dann zum Beispiel. Auf. Den. Auf einen anderen Umhang modeln. Ich glaube, das geht. Sollte glaube ich gehen. So. Dann natürlich jetzt. Ähm. Psykeeper machen. Gehen wir auf Fullend. Abcutstone aktivieren. Mount. Oh Gott. Die ganzen Sachen. Die haben wir schon wieder dropped. Das ist Wahnsinn. Level 11 Instant. Okay. Äh. Genau. Man sieht ja, wie gut, dass dieser Umhang wirklich ist. Das ist krass. Dann haben wir natürlich auch noch unser. Wait. Wir haben noch ein Pomo Set. Gedulds hier. Äh gut. Inventar ist jetzt schon voll. Passt. Läuft. Läuft. Sehr gut. Allerdings. Wir haben noch das falsche Inventar ausgewählt. Resizable Inventory. Äh. Wir müssen restarten. Shit. Das ist blöd. So. Genau. Jetzt haben wir nochmal einen ziemlich großen Boost bekommen. 1700 per P. Die ganzen All-Stats und sowas ist wirklich. Das ist krass. 7% Def und so. Also wir haben halt ein. Ähm. Ich denke, ihr wisst schon, was ich vorhabe. Ich spiele da wie gesagt Psykeeper, wie ihr merkt. Also noch nicht merkt, aber vielleicht bald merkt. Und der Plan ist auf alle Fälle wahrscheinlich auch eh Psykeeper. Wo kommt das? Warum habe ich jetzt? Hä? Warum haben wir jetzt zweimal Premium? Lol. Ich habe Premium gedupt oder was? Hä? Okay. Keine Ahnung. Ähm. Oh. Kylie. Keine. Okay. Das ist immer noch keine. Ich bin halt wirklich schon ein bisschen hyped jetzt irgendwie hier. Destructive Head. Natürlich müssen wir das noch austauschen hier. Okay. Wir haben hier Mage. Alles richtig. Alles richtig. Hier ist sogar eine Wand getroppt. Diese blöden Dinger hier, Mann. Okay. Hm. Sealed Wand. Und jetzt geht es richtig los. Oh. Und wie es jetzt los geht. Oh ne. Das ist ein Skirslaufmap. Come on. Ich lasse es mal offen. Auch damit man sehen, wenn der Ringmaster-Level abgeht und so. Okay. Feeder machen wir noch an. Was sind das hier für Sachen? Wollen wir. Mr. Pet. Ähm. Wo ist der böte Pet-Filter? Hier ist der Pet-Filter. Wir wollen Upgrade Green Set Parts. Ja. Ja. Pet. Ja. Genau. Das ist erst mal gut. Damit kann man arbeiten. Ringmaß ist auch Level-Up. Okay. Premium. Falls ihr euch fragt. Bringt. Keine Ahnung, was es bringt. Ich weiß nicht, was es bringt. Ich weiß wirklich nicht, was es bringt. Es bringt was. Achso. Premium Guide. Müssen wir zu durchlesen. Gibt es irgendwo? Vielleicht habt ihr gerade schon wirklich losht. Mist. Ihr könnt selbst nachlesen. Ansonsten. Ja. Wo kommt das S-Protect her? Hä? Es passieren gerade random Sachen. Ich habe keine Ahnung, wo das ganze Zeug kommt. Also wir haben den Stuff irgendwie. Keine Ahnung, woher und warum und so. Aber er ist einfach da. So. Hat jetzt der rechter Ringmaß, das ist nichts zum... Mist. Er ist noch nicht Level 20, deswegen... ...ein bisschen Problem. Dann noch ein Schild. Dragon Crusade spielt sich mittlerweile so wie High-Rate irgendwie. So das Leveln im Low-Level wird irgendwie immer schneller. Es gibt einfach immer mehr Items geschenkt und so. Ich weiß nicht. Ich finde das gar nicht so gut irgendwie. Hier haben wir eine Cloud. Da haben wir eine Cloud. Seraph Dragon. Okay. Das ist alles so ein Stress. Irgendwie das ganze Leveln und so mittlerweile. Das ist echt Wahnsinn. Wo ist unser Pad? Das ist da. Jetzt ist das draußen. Okay. Wir haben ja auch alles mögliche für Gigs und so, die wir beschwören können. Und damit eben gicken können. Was recht interessant wird. Dann... Was haben wir da noch? Ach ja, die Promobox. Stimmt. Ne, was habe ich jetzt gerade aufgemacht. Das wollte ich gar nicht. Okay, weg damit erstmal. Level 50 ist die nächste Promobox. Babypanda7 können wir wegschmeißen. Also allein durch die Promobox Level Up bekommt ihr wirklich so viel Stuff. Das ist wirklich... Das ist wirklich extrem. Genau. Dann haben wir noch verschiedene andere Sachen und so. Ringmaster hängt fest. Ringmaster hängt fest. Jetzt nochmal. Der hängt immer noch fest. Jetzt. Okay. Dann kann man Ringmaster. Ringmasken auch noch ab. Desaktivieren. Jetzt gibt es auch ein bisschen mehr Skills. Damit können wir andere Dinge aktivieren. Hier haben wir ein Schild plus 2 getroppt sogar. Nett, nett. Ein bisschen mehr Death ist auch nice. Und es wird auf jeden Fall schon ein bisschen lustiger. Denn... Zu allgemein, glaube ich, kann man auf jeden Fall noch mal sagen. Ja, eine Wand. 50. 49. Nehmen wir mit. Ja, die Attack-Rate skalierte wirklich schon ziemlich krass beim Psy Keeper. Um diesen ganzen Attack-Effekt, den wir haben, wird es natürlich jetzt schon echt ein ganz anderes Level. Da war der erste Wand hat. Ringmaster hat einen Stick. Genau, also effektive Seiten durchlaufen und irgendwie Mobs klatschen. Einfach, weil die halt so easy sind und effektiv. Könnt man wahrscheinlich auch sogar direkt einen Kick takülen. 28. 29. Weapon Level Up. Nice. Gehen wir noch schnell Mobs da. Okay, das ist... Oh, der Ringmaster da kommt. Scheiße. Das... War jetzt nicht der Plan, wobei, es funktioniert vielleicht sogar ziemlich gut irgendwie. Oder? Funktioniert das? Es scheint halt aus irgendeinem Grund zu funktionieren. Ja gut, das war jetzt nicht der Plan, aber... Ich weiß gar nicht, warum jetzt... Achso, wegen Link machen wir jetzt zu viel Schaden, oder wie? Nicht wegen dem Skill. Und wir haben trotzdem zu viel Schaden, keine Ahnung. Okay, da ist ein Knuckle. 1500 Death Elementor, okay, nice. Ähm, da ist ein Knuckle. Sun Snakes? Wow, wie so mies. Okay, die ersten Treasure Boxen haben wir auch schon wieder. Dann haben wir auch die ersten Set-Teile. Genau. Ja, also es geht schon ziemlich... Geht ziemlich zur Sache aktuell. Und Level Up wieder. Die Schilder droppen, alles Mögliche. Blue Crystal kriegen wir. Wir werden übrigens auch eine eigene Gilde gründen. Und ich werde was... Ich weiß nicht, wie aktiv sie spielen wird, aber wahrscheinlich schon relativ aktiv. Ähm, mit aufnehmen ist halt ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob ich halt auch alles aufnehme, oder halt wieder nur ein Teil oder so. Keine Ahnung. Ähm, bin mir ganz sicher. Und direkt weiter. Die sind hier Erde, oder was? Mal schauen, was den Schaden macht. 2,5... Ich glaube, das ist falsch. Wobei, die sind hoch genug. 11 Löffel drüber. Na, vielleicht... Vielleicht ist das Element sogar richtig. Ich glaube, das Element ist richtig. Und... 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 Nice. Bedenkt, wir haben uns halt gerade dazu entschieden, dass wir jetzt nicht die Caster nehmen vom Set. Sondern halt einfach, ja... Scheißen quasi drauf und leveln andersweitig. 4,3 K-Damage. Holy moly. Das eskaliert schon ziemlich. Auf Refresher holt haben wir schon. Und Acties. Die ersten Level meinen Fly hat irgendwie immer Spaß. Genau, also vielleicht schaffen wir uns halt ein möglichstiger AOE zu leveln. Das wäre halt so jetzt echt ein Plan. Und ich glaube, wir könnten das halt verwirklichen, weil wir haben jetzt halt das Set. Das bringt viel Death. Wir bräuchten halt... Also wir bräuchten halt irgendeinen T-Bus-Set oder so halt zum leveln. Das wäre halt dann wirklich richtig geil. Weil erst dann haben wir halt wahrscheinlich wirklich richtig gute Karten. Ja gut, das war ein bisschen verschwendet. Am Anfang ist eine dumme Idee. Spät ist es egal. So, weg mit dem Ding. Und direkt wir sortieren. Abkarten wir auch noch an. Wie schaut es hier aus? Haben wir noch Fast-Leveling, Level-Guide, Farm-Guide, okay. Klasse D, was ist das? Okay, für Guardian-Waffen. Wahrscheinlich Guardian-Hiss und LG, genau. Angels auch noch, ja, klar. Schön ist es einfach, als Psykeeper können wir einfach Sata nutzen und dann let's go. Psykeeper im Low-Level ist so fucking OP. Ohne Witz. Was wir dann Schaden machen, das ist unnormal. Ich finde, man könnte ja echt einiges debloaten irgendwie. So ein bisschen gerade sowas wie Vital-Trick und Refresher und so. Oder Seafood hier 1, 5 und... Man kriegt einfach so viel Müll irgendwie. Ich finde, das müsste halt echt nicht sein eigentlich. Sowas wie FP-Food. Wer will denn FP-Food haben? Kein Schwein muss das FP-Food. 43 schon, weil wir 1-Hitten die mittlerweile fast. Sind die vom Level her 101 die ersten? Okay. Das ist krass. 175 Int, by the way. So, get buffed. Get buffed. Haben wir Teleport. Bringt uns nichts. Da müssen wir hin. Zum neuen Level drüber. Das ist schon wieder so ein Speedrun. Das ist Wahnsinn. Kann ich nicht weggetabben. Trade LG-Wand. Was hat das gerade? Ja, genau. Der hat nicht schon einen LG-Wand. Habe ich ein Ei? Kein Ei. Ah, falsches Element. Da hat immer gar keinen Schaden. Nein. Stirb. Mann. Fly-Verfahren können aktivieren. Weiß hat effektiv. Egal ist. Einen Tag extra Back. Rein damit. Okay. Was haben wir noch alles hier? Da haben wir noch irgendeinen Umhang. Ach, ich habe vorher den falschen Umhang. Oh, ich bin blöd. Natürlich, wir haben den OP-Umhang. Warum halt nicht nutzen? 3KP. 3KP ist krass, by the way. Gearscore 21 durch Schild. Loy. Das Schild bringt Gearscore? Okay. Ich glaube, das Gearscore-System ist auch sowas, was die nie verändern werden. Aber ich meine, ich kann damit leben mittlerweile. Also es ist halt okay. Ich fahre jetzt nicht, aber es ist halt okay. Okay. Ringmaß ist Level 40 mittlerweile. Ich hoffe, traut man irgendwie als Teber-Teil oder so. Aber das wird jetzt schon wichtig. Ja, früher haben halt die Quests aufgehoben, wenigstens die Quests gemacht. Aber jetzt denke ich mir da auch so, warum halt? Wofür? Warum, wofür, weshalb? Bringt nix. Wir hätten jetzt auch irgendwie Koralleninsel versuchen können und so, für ein Set und so. Aber, ja, es wird auch wieder so... Es ist ja optional irgendwie, so. Warum halt? Müsste-Teile sind auch gut. Zwei Müsste-Teile, super. Eins können wir umdran sind auf alle Fälle. Ich würde sagen, wir bleiben hier vielleicht sogar und fahren uns schnell ins Set zusammen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Drop-Rate am höchsten ist für 60er-Teile. Theoretisch immer bei den höchsten Mobs vor dem... Vor der nächsten Stufe an Sets. Also quasi bei unter 60ern hier. Und je höher die sind, desto höher ist die Chance. Aber ich habe halt bei Drillern irgendwie selten bisher irgendwie so Sachen getroppt. Also Steamwalkers sind halt gefühlt einfach das Beste. Aber ich kann mich doch täuschen. Alter. Wie wir hier abgehen, ist das nicht mehr normal. Wir können auch hin zu den anderen gehen. Zu den höheren, zu den Käpt'n. Können auch gleich den Gig umlegen. Auch eine Idee. Genau. Also leveln, leveln ist das schon wieder so insane, wirklich. Das ist komplett krank. Wir haben schon wieder elf Boxen getroppt. Noch keine Keys bisher, aber leider. Ein bisschen schade ist. 57 sind... Wir können es schon schaffen, aber... Zum aktuellen Dev. 560. Was bringt der Effekt hier? HP Speed STR. Braucht denn zumindest zwei aktive Teile. Oder? Oder? 560 Dev. Mal kurz testen. Okay, easy. Ganz easy. Mit dem Ringmaster ein bisschen mitteilen. Ja gut, okay. Das funktioniert wieder viel besser, als ich gedacht. Das ist ja krass. Ich frage mich gerade, irgendwo kann man doch hier nachsehen, ob es dieses Premium bringt, oder? Ich weiß es nicht. Ein Level ab. Oh, wir sind erst getroppt. Mal kurz einfach alles einsammeln hier. Kein Plan. Viel, viel Müll auf alle Fälle. Ja, naja. Leider nicht mehr.